Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf dem Kanal Silas Coaster Und es wurde bekannt gegeben, dass der Vegan Coaster Card in Thüle am 15. April 2022 eröffnen wird Damit wird es der erste Vegan Coaster Card in Deutschland Um kein Video mehr zu verpassen, würde ich mich sehr über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen Ciao